So! Warum tragen wir auf einmal zu viel? Ach, weil Leichenlauf vorbei ist. Oh! Ups, das hab ich ja gar nicht gesehen. 30 Flammkern, er ist jammer. Hoin! Gut, das schmeiß ich direkt hier runter. Zack! Und den restlichen Loot hier rauf. Oh, schon wieder am lecken. Komm, klar, PC! Woll mich überfordern, ihn übelst. Und sag ihm dann, er soll klarkommen. Komm, dreist. So, warte mal, das hier. Dann hiervon 5 sollten reichen. Halt! 5, hab ich gesagt. Und hindurch. Warte, warte, warte. Das Holz. Ich seh's doch schon wieder kommen, dass die Workbench irgendwie kaputt gegangen ist oder so. Wir brauchen nur 10. Und der Rest kommt weg. Gut. Und das sollte es dann gewesen sein, ne? Ich geh mal hindurch. Gott sei Dank. Hab ich Holz mitgenommen. Weil wir müssen ja das Portal hier abreißen. Dafür brauch ich auch noch ne Workbench. Weg damit. Weg damit. Und jetzt nichts wie weg hier. Was zur... Oh nein, bitte nicht. Warum greifst du mich jetzt an? Ich geh mal schnell in Sicherheit. Oder versuch es zumindest. Oh oh. Nee, du lässt mich da jetzt nicht hoch. Ach, nö. Gut. Äh, ja. Gut. Da muss ich mich jetzt leider drum kümmern. Ich versuch's. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Sieben. Bloß sie sterben jetzt. Oh oh. Oh oh. Weg hier. Hier sind mir zu viele Feinde. Dann den Feuerball genommen. Volle Karacho Feuer drauf. So wie er bei mir. Oh oh. Nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich doch in Ruhe. Lass mich bitte in Ruhe. Scheiße, Mann. Ich sterbe hier doch gleich wieder. Ich sterbe doch gleich wieder. Ich geh in meine Deckung. Sieben. Kann ich nicht. Sechs. Feuerball. Stirb. Puh, Alter. Bleib da schön stecken. Nein. Nein. Ich hab sie nicht getroffen. Dreist. Ich lauf mal weg. Ich lauf mal weg. Energieschild. Nein. Nein. Feuerball. Ich bleib beim Feuerball. Stirb doch endlich. Und noch einen. Los, 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 los. Oh Gott sei Dank. So. Dann mach ich dich platt. Du machst deine Explosion. Dann mach ich dich platt. Oh oh. Energieschild. Ach nicht noch morgen. Come on. Vor allem hab ich jetzt da die Treppe auch nicht mehr. Ne? Ne? Oh. Gut. Pass auf. Die guten alten Wurzeln. Wow. Alter. Jetzt kommt mal wieder klar. Hier mit deinem Purzelbaum. So. Bei meinen Wurzeln fühle ich mich sicherer. Oh. Immerhin ist das Wetter jetzt schon mal besser. Energieschild. Wurzeln. Wurzeln. Schön bei den Wurzeln bleiben. Wurzeln. So. Sehr gut. Sehr gut. Und hier nochmal. Ja. Sie haben ihn gestunnt. Wurzeln. Hui. Was Gampf. Aber wir haben es geschafft. Sehr gut. Morgen. Trophäe. Die hat noch gefehlt. Okay. Da bin ich dann doch auf einmal sehr satisfied. Warte mal. Ich schmeiß mal das hier weg. Das hier weg. Ist hier nicht noch eine Sehne? Wahrscheinlich nicht. Gut. Ja. Dann gehe ich hier mal hoch. Und ich baue hier mal echt die Treppe neu. Glaube ich. Das hier mit den Stacheln. Das regt mich schon echt auf. Ich verstehe jetzt warum der eine Kommentator das geschrieben hat. Du hast ja recht. Oh. Das ist zu dicht. Oder? Hui. Geht gerade noch so. Und dann hier ums Eck. Und in Sicherheit. Sehr gut. Portal. Baue ich mal hier hin. Ah. Und dann können wir auch den hier bauen. Und Holz rein. Nein. Warte. So. Und aufgebrochen das Ding. Hier das Holz nehme ich auch mit. Und auf der Seite. Sehr gut. Und hier hinein. Hä? Achso. Kein Holz mehr. Warte. Da fülle ich kurz nach. So. Jetzt aber. Das hier hinter der Bauer. Gut. So. Erstmal ist hier noch Loot gewesen. Vor allem Münzen. Die waren noch über. Weil die zu schwer waren. Dann haben wir hier. Ach ja. Und da war noch eine Feuerkugel. Die nehme ich auch mit. Geschmolzener Kern. Außerdem sind hier zwei geschmolzene Kerne. Und da möchte ich bitte Blutsteine drin haben. Uns fehlen noch zwei. Aber wir haben hier in der Festung bereits einen gefunden. Wenn wir hier sogar noch mehr finden. Wäre das natürlich Oberhammer. Aber mal gucken. Nein. Gut. Dann nicht. Ja. Die sind die hier. Was schmeiße ich denn weg? Die Knochen. Nehme ich lieber die mit. So. Und die Schädel. Nehme ich mit anstelle. Ey. Ganz ehrlich. Was soll ich mit so viel Gold? Was soll ich mit so viel Gold? Gut. Ja. Wir müssen gleich sowieso nochmal zurück. Nehme ich. Weil wir auch das hier holen müssen. So oder so. Gut. Also hindurch. Ah. Mann. War das gerade ein aufregender Kampf. Aber wir haben sogar eine weitere Trophäe gefunden. Die gehört allerdings nicht hier in unsere Trophäen Kiste. Weil morgen ist ja auf einem Level mit den Minibossen. So in Anführungsstrichen. So haben wir sie ja immer genannt. Oh. Alter ist das am laggen. Ja okay. Wenn ich hier so einen riesigen Haufen hinschmeiße. Das ist ja eigentlich auch kein Wunder. Nehme. So. Und dann hier das Erz runter. Und hier vor die Trophäe. So. Sieht aus wie ein Hai. Wie so ein Haigebiss. Oder? Ist doch bestimmt mit Absicht so gemacht. Hm. Ich gehe nochmal zurück und hole den anderen Staff. Würde ich sagen. Ja. Also nicht dass dieser Loot sonderlich wertvoll wäre. Aber. Wo er doch hier ist. Nehme ich ihn mit. Und natürlich das hier. Das Ding. Aber. Ich wollte mal was ausprobieren. Ich habe ja letztes Mal probiert. Wie das ist mit diesen. Bronze Dingern. Wie ist denn das eigentlich wenn ich. Den hier in die Treppe hochziehe. Geht das? Warte mal. Warte mal. Warte mal. So. Ja das geht. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Mit Kraft. So. So. Und jetzt. Mache ich mal Holz rein. Oh ich habe gar kein Holz mitgenommen. Hm. Hm. Shit. Da habe ich nicht mitgedacht. Hier ist nur Stein. Schade. Ja soll ich kurz. Ich hole mal kurz Holz und probiere es. Bin ich ehrlich. Komm. Ich will unbedingt mal so ein Bronze Erz Ding haben. So. Da sind wir. Und da würde ich sagen. Wir laufen mal hier rüber. Und. Schmeißen den Stuff auch mal dazu. Und dann nehmen wir uns ein wenig Holz. Oh. Nachtmusik. Ja egal. Machen wir ja nachts. Oder? Obwohl ich gerade überlege. Wenn ich da jetzt gleich das Ding wegbreche. Habe ich Angst. Dass er die ganze Mauer wegbricht. Ich riskiere es trotzdem. Komm. Kurz rein. Machen. Und dann abhauen. So. Huch. Ah da war ein Stein im Weg. Ja ne. Da sind zum Beispiel Feinde. Hm. Obwohl. Da könnte ich jetzt schon mal. Vorsorglich. Aha. Da ist er doch. Ah. Na klar. So wird das nix. Hm. Ich stelle mich mal hier drauf. Oh. Energie schält. Sonst. Das bin ich ein One Shot nämlich. So. Ich gehe mal hier hin. Und schmeiße da mal ein paar Wurzeln runter. In der Hoffnung, dass wir hier aufräumen. So. Sollte glaube ich reichen. So. Ja. Gut. Dann schmeiße ich hier ein Holz rein. Oder zwei. Und dann. Nehme ich den. Zieh ihn hoch. Na komm. Na komm. Oh ne ne. Gut. Ja. Soviel zu dem Thema. Ähm. Kriege ich den hier noch weg. Nicht in der richtigen Position. Glitch in die Glitch. Bugge die Back. Huch. Oh. Ja komm. Dann nicht. Reiß ich dich nochmal ab. Bau dich nochmal neu. So sei es. Komm. Kann ich den direkt oben hin bauen. Ich nehme mal die Äxte. Ich brenne. Aber das ist doch okay. So. Loot bitte. Hä? Was ist denn der restliche Loot? Hier oben? Wo ist der restliche Loot? Hallo? Wo ist das Flammenkern? Wo ist. Wo sind die Suttlingskerne? Hallo? Nein. Sag ich nicht. Die sind weg. Och man. Okay. Pass auf. Ich will das trotzdem machen. Ich will unbedingt dieses Ding haben. Und deswegen versuche ich das jetzt auch. Ich gehe nochmal zurück. Geh pennen. Und wir gehen hier nochmal her. Also ihr habt es ja gerade gesehen. Das war Buggy. Die Sachen sind einfach despawned. Fragt mich nicht warum. Aber wir haben ja noch Flammenkern Gott sei Dank vorbereitet. Dann nehme ich das mal. Weil sonst vergesse ich das gleich. Wenn wir durchs Portal gehen. Und dann muss ich nochmal durch. So. Feuer. Zwei Stück. Sehr gut. Und dann. Ich gehe mal pennen. Kurz. Weil das mir doch ein bisschen zu heikel so. Und außerdem sehen wir dann besser. Ne. Ihr wisst es ja bereits. Gut. Also würde ich sagen. Gute Nacht. So. Guten Morgen. Und ab nach unten. Hui. Und diesmal nicht das falsche Portal nehmen. Es ist das hier unten nämlich. Also hindurch. So. Und jetzt nochmal. Und diesmal baue ich das Ding glaube ich direkt hier oben hin. Warte. Warte. So geht es nicht. Ich habe ja hier hinten die Workbench. Aber es ist ja gar nicht weiter wild. Ich mache mal. So. Ne. Das geht nicht. Shit. Warte. Ich probiere es doch nochmal so. Weil da habe ich ja jetzt die Treppe kaputt gemacht. Oh. Die haben die Workbench zerstört. Ja. Shit. Ja. Dann hole ich kurz was Holz. Energie. Shit. Mann ist das ein Hin und Her ey. Das ist ja. Weiß ich nicht. Übel nervig gerade irgendwie. Aber gut. Was soll's. Ich will unbedingt dieses Bronzeerz haben. Und ich habe keine Ahnung. Als wir das letztes Mal mit der Spitzhacke gemacht hatten. Gut möglich. Dass ich da Schaden an dem Metall gemacht habe. Ich habe aber das Gefühl. Ich habe Schaden an der Mauer gemacht. Ne. Das ist was ich meine. Also muss ich glaube ich. Wenn ich diese Dinger kaputt machen will. Irgendwie das Ding hier oben hinkriegen. Äh. Bei Verschiedenes. So. Ich mache mal. So. Ziehe den nochmal hoch. So. Dann positioniere ich ihn richtig. Halt. So. Zum Beispiel. Eine Ahnung. Ich mache mal so. Und jetzt schnell. E. Hin. Nein. Nicht schon wieder. Auch nicht schon wieder. Komm schon. Komm schon. Ja. Nein. Nein. Zu früh gefreut. Ich habe mich zu früh gefreut. Scheiße. Oh Mann ey. Was ist das hier für ein Scheiß. Mit diesem Rambock. Ich spule das gleich vor. Bin ich ehrlich. Ja. Ich spule das auch vor. Ich spule das vor. Also. Bis gleich. Ich spule das gleich. So. Ich habe ihn jetzt hier oben hingestellt. Ich habe da sogar eine Treppe hochgemacht. Dann fiel mir auf. Ich kann hier einfach eine Plattform hinbauen. Äh. Energie Schild. Oh. Oh oh. Wir brennen. Okay. Ich meihe mich mal. So. Äh. Ich mache noch ein zweites Holz rein. Schnell. 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 Bevor das Ding wieder runterfällt. Gut. So. Und jetzt macht das hier kaputt. Nur das hier oben. Ich will nur dieses Metall haben. Ja. Brauchst du Schrott. Hier auch nochmal. Na also. Noch mehr. Und hier nochmal. Oh. Geht nicht. Ja gut. Jetzt hat er zu viel zerstört. Ja gut. Immerhin. Das war alles was ich wollte. Wir haben vier Bronze Schott. Äh. Das reicht mir vollkommen. Hauptsache wir haben das Item. Darum ging es mir. Um nichts anderes. So. Sehr gut. Feuerball. Und nochmal. So. Dann wieder die Axt. Und her mit dem Loot. Ascheholz. Flammenkern. Sudlingskern. Perfekt. So. Ja. Den ganzen Krempel kann ich hier stehen lassen. Die haben das Portal kaputt gemacht. Ne ne. Warum ist jetzt das Edelholz weg? Warum ist jetzt das Edelholz weg? Es ist Asche geworden. Bitte nicht. Ja. Soviel dazu ne. Gut. Hat sich ja richtig gelohnt. Ich werde schon wieder giftig ne. Ähm. Äh. Ein Moment. Ich muss noch kurz überlegen was ich jetzt mache. Okay. Also. Wir haben hier hinten Not 5. Ich könnte jetzt von hier. Hier runter rennen. So. 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 Hier hingehen. Dann holen wir uns hier 20 Edelholz. Oder bringen den Stuff weg. Was auch immer. Und dann gehen wir den ganzen Weg hier wieder zurück. 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 Und können uns hier unser Portal hin bauen. So. Das spare ich mir mal jetzt. Okay. Es tut mir leid. Ich werde ab jetzt vorsichtiger sein. Und werde meine Portale eher unter irgendwas bauen. Aber das ist mir jetzt zu doof. Da hinten hin zu rennen. Hier wieder her zu rennen. Einfach nur für 20 Edelholz. Es tut mir leid. Ähm. Ist mir zu blöd. Deswegen werde ich ausnahmsweise. So. Äh. Spawn. Fine. Wood. Halt. Großgeschrieben muss es glaube ich sein. Fine. Wood. 20. So. Entschuldigung. Ähm. Aber nö. Also. Sorry. Sorry. Aber wirklich nicht. Gut. Ähm. Ich baue das Portal hier rein. So. Das hat niemand gesehen. Äh. Die Dev-Commands muss ich wieder ausmachen. So. Und dann mache ich hier das Portal hin. Und dann können wir hier nämlich weiter machen. Weil das wäre mir jetzt echt zu blöd. Vor allem weil wir jetzt hier auch endlich schon in neu frisch gespawnte Gebiet sind. Nochmal hier zurück zu rennen. Und dann sind wir wieder hier in diesem alten Gebiet. Und das hier haben wir schon erkundet. Die sind schon zweifel... Ihr wisst schon was ich meine, ne? Come on. So. Machen wir es jetzt so. Ist zwar ungalant gelöst. Aber es geht mir eigentlich auch nur darum ein bisschen Bronzeschrott zu sammeln. Dass da jetzt so ein Krampf draußen wird. Es tut mir leid. Aber gut. Wie auch immer. Hindurch. So. Ja. Das ist natürlich jetzt... Ähm. Das Ende war jetzt sehr unsatisfying. Muss ich wirklich zugeben. Aber was soll's. Wir haben es überstanden. So. Und jetzt kann ich hier das Erz runterschmeißen schon mal. Und dann würde ich sagen... Ach, Kohle auch. Wir sortieren den ganzen Stuff mal ein, wa? Ist ja doch ordentlich was zusammengekommen. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal ordentlich Stein. Marmor. So. Holz. Natürlich. Knochen. Haben wir hier sonst noch irgendwas an Baukrempel? Nö. Jede Menge Knochen. So. So. Und so. Müssen wir wieder hochbringen. Mh. Dann haben wir hier Schmuck. Zack. Sehr gut. Warte mal. Haben wir nicht zwei Blutsch... Ne. Wir haben nur einen gefunden, ne? Ja, doch. Wir haben leider nur einen gefunden. Schade. Gut. Die Scherben packe ich hier rein. Haben wir schon ein Stack voll. Sehr gut. Feuer hier. So. Gold. Hier rein. Dann nochmal durch. Da haben wir bestimmt wieder Marmor aufgesammelt. Ne. Tatsächlich nicht. Wir haben hier aber heute noch mehr Knochen. Feuer. So. Dann Eggis. Haben wir überhaupt nicht viele gesammelt. Naja, gut. Klein Viehfleisch hier rein. Können wir auch hochbringen eigentlich. Aber ich glaube, das geht noch. Monster Organe. Was haben wir denn hier noch? Croiders. So. Ist nicht richtig einsortiert. Jetzt aber Pilze. Mh. Samen. Beeren. So. Samen hier rein. Dann Boss Spawn. Die Glockenfragmente. Noch mehr Schmuckzeugs. Oh, Alter. Davon haben wir schon neun Stück. Sehr gut. Mh. Nochmal durch. So. Da habe ich Ascheholz gesehen. Das können wir schon mal wegpacken. Und haben wir sonst noch irgendein Baumaterial. Ja, Marmor. Natürlich. Kriege ich dann den ganzen letzten Rest mit. Nee. Aber ich habe hier auf jeden Fall gesehen. Monster Organe. Harz. Harz. Das kommt hier rein. Und das hier noch. So. Sehr gut. Und da haben wir Magie Staff. Stimmt. Das können wir auch gleich nochmal kurz holen. So viel Zeit muss sein. Knochen und Zähne. Hier rein. Metallteile hier oben. Boah. Haben wir aber schon ordentlich, ne? Federn. Kohle kommt nach unten. Hier haben wir Reptilien und Fisch. So. Noch ein Blutstein. Vier. Uns fehlt nur noch ein einziger. Ja, na? Hals. Bären. So. So. Kräuters. Boah. So. Sehr gut. Dann können wir hier oben wieder diesen Nähd hinpacken. Wir gehen nach unten. Und bringen die ganzen Sachen natürlich in die dazugehörige Kiste. Ah, die Barren sind auch durch. Ist natürlich erfreulich. So. Hier ist das Erz. Das kann ich schon mal so reintun. Dann haben wir hier das Bronze-Erz. Hehe. Sieht einfach genauso aus wie Kupferschrott. Naja, gut. Die Kohle kommt hier rein. Dann die Barren hier oben. So. Sehr gut. Und dann schmeißen wir direkt ne Fuhre an. Warf. Wenn wir schon so viel Erz davon haben. Let's go. Go. Und rein damit. So. Und so. Und hier nochmal. Und ich weiß nicht. Hatten wir hier endlich was drin? Ja, ne? Das kann ich schon mal rausnehmen. So. Dann hier den 20. Und hier auch. Die Kohle wieder rein. Und den Med können wir auch wahrscheinlich nachlegen. Ja. Nur einen. Naja, gut. So sei es. Und wir gehen nach oben. Magie und Med. Med hier rein. Oh. Ja, das war jetzt nicht so smart. Und nochmal zwei. Sehr gut. Sehr gut. Nochmal. Der ist jetzt fast voll, ne? Hm. Eine Feuermeet-Fuhre ist ja gerade noch an. So sei es. So. Sehr gut. Haben wir ja doch einiges erledigt, ne? Ich könnte auch mal gucken, ob die blauen Pilze eventuell schon fertig sind. In den Mistlands. Mal schauen. Ballern wir mal das hier mal rein. Ich glaube, das sollte reichen. Für ein Energieschild. Und hindurch. So. Zack. Hä? Ah, weil die Wurzeln so down sind. Ups. Okay. Und die sind schon fertig. Ja, dann her damit. Ist ja ein Traum. Wobei ich eigentlich überlege, noch eine Furan zu machen. Obwohl es geht, ne? So wie wir das mit den blauen Pilzen... Also wie wir mit den Haushalten, ist ja eigentlich ganz gut. Glaube ich. Wir haben ja, wenn wir Mangel haben, bauen wir welche an. Und die verdreifachen sich ja immer. Wenn wir sie anbauen. Also aus einem werden drei. Das ist natürlich top. Und deswegen kriegen wir das so schnell wieder rein, ne? Da, wir haben jetzt wieder fast vier Stacks. Ich finde das okay. Gut. Ja, dann weg hier. So, dann gehe ich schon mal rüber. Und... Ja, doch. Das sortiere ich mal eben ganz schnell schon mal ein. Weil wir haben ja... Ebenfalls noch... Ähm... Die Mühlen. Und da würde ich auch mal nachschauen. Ja, ne? Da merkt man's. Könnte ich echt doch eine Furan machen. Noch zwei Stacks. Gut. Ähm... Die Mühlen. Da würde ich mal hingehen. Weil da brauchen wir sehr, sehr, sehr viel Platz. Nämlich. In unserem Inventar. Ja, denn... Mehl steckt sich nur bis 20. Ich schmeiß mal alles hier hin. So. Und sogar die. Das nehme ich gleich alles wieder auf. Und wir gehen kurz zur Felderbase. So. Und ich weiß nicht, ob wir auch nachfüllen können. Wahrscheinlich, ne? Ja. So. Ja, ne. Ich spamme. Das geht schneller. So. Wie bescheuert. Warum kann man nicht einfach ein Inventar öffnen? Mit einem Feld. Und da packt man dann... Keine Ahnung. Dann hat das ein Maximum von 50. Und man kann ein Stack reinmachen. Also was soll das denn? Dass man das so einzeln rein tut? Hä? Aber gut. Ich beklage mich nicht. Hauptsache, wir kriegen unseren Mehl. Unser Mehl. Unseren. Unser. Unser Mehl. So. Dann haben wir hier das Zeug. Und das hier. So. Kriege ich alles mit. Ja. Da habe ich sogar mehr Platz eingespart, als wir brauchten. Aber lieber zu viel, als zu wenig. Und hier noch die letzten 50 rein. Dann müsste genau sämtliches Korn entfernt sein. Ja. Sehr gut. Dann noch das Mehl, was hier vorne liegt. So. Perfekt. Ja. Und das bringen wir mal kurz zurück. Hab jetzt gar nicht nach den Trauben gesehen, ne? Ja. Passt schon. Das können wir nächstes Mal machen. So. Runter hier. Und in die Mehlkiste geschmissen. Zack. So. Hervorragend. Ja. Dann können wir unsere Sachen, die hier vorne liegen, wieder aufsammeln. Und wieder sortieren. Wie sie gehören. Das hier so. Das so. Den hier hin. Den da hin. So. So. Zack. Und zack. Halt. Wir können uns auch Essen holen. Sehe ich gerade. Hm. So viel Zeit muss sein. Da nehme ich mal vor allem von dem Billow Food, das wir loswerden wollen. Das hier. Nehme ich mal so viel. Ach so. Habe ich ja gerade schon gegessen. Gut. So. Ja. Die Sonne geht auch gerade unter. Wie passend. Weil dann würde ich natürlich die Aufnahme fürs Erste wieder einmal beenden. Denn wir sind schon bei drei Stunden gleich. Und das war eine sehr erfolgreiche Aufnahme. Oh. Ich hatte eigentlich. Ne. Also ich hatte ja geplant, dass wir vielleicht mehr Festungen finden. Wir haben jetzt eine gefunden. Aber. Bei dieser einen war auch ein Blutstein drin. Das heißt es Phenus. Wie viel Phenus? Einer oder zwei? Ich glaube nur noch einer. Keine Ahnung. Wie auch immer. Wir sind kurz davor. Die Ashlands durchgespielt zu haben. Richtig nice. Und. Auch wenn das Ende jetzt vor allem mit dem Erzabbauen ein bisschen friemelig war. War trotzdem eine geile Aufnahme. Hat Bock gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Und abonniert gerne den Kanal. Das würde mich sehr supporten. Schreibt gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Und gebt ein Like. Und ich würde sagen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018